Ciao zusammen, mein Name ist Simon und ich habe hier bei PEDAG meine Lehre als Applikationsentwickler nach WayUp gemacht. Ich gebe euch jetzt Einblicke in die Welt und ich hoffe, ihr habt Spass dabei. Im Basislehrjahr arbeitet man zusammen im Team, an einem Arbeitsplatz oder im Lernlabor. Dabei ist man im regen Austausch und wird vom Praxisbildner unterstützt. Im zweiten Lehrjahr arbeitet man aktiv in der Abteilung mit und entwickelt Softwarelösungen. In PEDAG respektiert man einander und wenn man Fragen hat oder etwas nicht weiss, findet man immer jemanden, der ihm helfen kann. Durch die ganze Lehrzeit wird man von den gleichen Personen begleitet und kann dadurch Vertrauen einander entwickeln. Ich schätze den persönlichen Kontakt bei PEDAG sehr und habe dank diesem viele Freundschaften geschlossen. Wenn dir das gefallen hat und Praxiserfahrung suchst, dann komm mal du zu uns.